Hallo Freunde, Weihnachten steht vor der Tür. Was gibt es Besseres, als sich selbst was zu schenken? Bis gleich bei den Shop News. Ja genau, es ist soweit. Man trägt hässlige Weihnachtspullover. Lebkuchen gibt es zwar schon seit August im Supermärkten, aber so langsam wird es ernst. Ich halte das auf jeden Fall immer so, wenn Mutti mir das 15. Mal in Folge Socken schenkt, schenke ich mir einen neuen Handguard. So geschehen gestern. Und da kommen wir auch gleich zum Thema. Wir haben hoffentlich einen neuen Stuff reingekriegt. Wir haben einen alten Stuff, der lange verkauft war, wieder reingekriegt. Und deswegen eine kleine Übersicht für euch, falls ihr euch auch selbst was schenken wollt. Genau, also Handguards. Haben wir gerade der 7 Zoll Handguard. Ist ein sehr beliebter Handguard bei vielen T15-Spielern. Hier auch schon verbaut, weil ihr könnt halt super kurze Setups spielen, was mit dem Standard-Handguard nicht geht, weil der Gasblock vorne meist im Weg ist. Darüber hinaus sind die viel, viel leichter als Standard-Handguards. Machen echt einen schlanken Fuß. Und ach, gut. Und das ganz Coole an dem Handguard hier ist nämlich, dass die Barrel-Nut hier relativ eng ist. Das heißt, dieses klassische T15-Problem, dass der Lauf so mega schlackert, habt ihr hier nicht. Der Standardlauf der T15 passt halt perfekt in die Barrel-Nut rein. Wir zeigen euch das mal eben. Dann läuft der T15. Handguard. Passt perfekt rein. Wackelt aber nicht. Okay, 2 Millimeter. Muss er ja auch, sonst passt er nicht rein. Aber eigentlich ganz geil. Also es gibt ja super viele Handguards auf dem Markt. Aber das finde ich eigentlich ein ganz gutes Feature. Darüber hinaus lässt sich dieser Handguard auch an der Saat 12 verbauen. Was bei den meisten Handguards auch nicht der Fall ist. Und ach, allgemein, wie gesagt, super viel Kram hier weggefräst auch. Oben, unten. Da spart man echt nochmal Gewicht. Und trotzdem extrem robust. Sauberes Finish. Ihr fällt. Und gar nicht so teuer. So ein 7 Zoll Handguard kostet hier 42,95. Ist ein KeyMod-Handguard. Also für KeyMod-Anbauteile. Der 9er kostet 46 Euro. Und der 10er 49,95. Also quasi für jeden was dabei. Übrigens, falls ihr euch fragt, ja, wenn das hier gerade so eben passt, One-Shots, Nemesis-Läufe, Freak-Sets, alles, was schon hartmäßig am Markt ist, passt da auch rein. Haben wir ausprobiert. Sonst sagt ihr Bescheid. Dann regeln wir das. Dann, eine Sache noch, die lange ausverkauft war, die aber echt, warum auch immer, die Dai i4. Corona lässt grüßen. Da wurden irgendwelche Teile dann in China produziert. Und bis so das Ding erstmal aus den ganzen Teilen zusammengebaut ist, vergeht ein halbes Jahr. Und deswegen waren die auch ungefähr, ja, 3, 4, 5 Monate ausverkauft. Insbesondere hier die schwarze und die Dai Cam sind beides jetzt wieder reingetrudelt in relativ geringen Stückzahlen. Also wer mit einer Dai i4 liebäugelt, auf jeden Fall, egal, ob ihr Turnierspieler seid, aber gerade im MacFed-Bereich sind sie extrem beliebt, weil die ein super schmales Profil haben hier unten. Das heißt, ihr kommt halt perfekt hinter eurem Markierer. Macht das Absehen halt sehr einfach. Und die Dinger sind super verarbeitet, gehen eigentlich nicht kaputt. Die Gläser haben breites Sichtfeld. Und das meine ich, ihr kommt halt hier perfekt hinter eurem Markierer. Geile Maske spiele ich selber seit ein paar Jahren. Bin ich sehr mit zufrieden. Damals in der Liga hatte ich auch schon mal eine. Das ist gut. Gut, ansonsten, wo wir gerade beim Thema sind, was wieder da ist. Wir haben auch noch ein paar Sachen, die neu sind, aber die Follower für die EMF-Spieler. Yay! Es gibt, oder auch für die Dam-Spieler, 20er-Follower sind hier wieder eingetrudelt. Und auch eben die Dam-Macs in schwarz und in tan. Auch wieder verfügbar. Und falls ihr euch jetzt fragt, ey, ja, okay, aber wann kommen die CF-20-Macs und die FID-Macs? FID-Macs sind auch vorbestellt seit Ewigkeiten. CF-20-Macs sollen jetzt Anfang Gezember reintudeln. Da gehören wir auch zu den Ersten, die welche kriegen. Sind wir auf Schaft drauf. Und da machen wir auf jeden Fall. Geben wir euch auf jeden Fall direkt auch bei Instagram und Co. Bescheid. Wir haben da schon ein Testvideo von gemacht. Ihr denkt, das ist wirklich gut. Könnt ihr euch drauf freuen. Dann sind die T-15, V2-Macs, in 20er. Haben wir wieder einen großen Sprung reingekriegt. Braucht man immer. Das Witzige ist, warum erzählt der Typ denn über Magazine? Das ist doch selbstverständlich. Ja, ihr habt recht. Leider ist es dieses Jahr, viele von euch kennen das bestimmt. Besorgt euch mal ein paar TM-C-Macs. Viel Spaß damit. Also es ist gerade leider echt ein bisschen schwierig, was manche Produkte angeht. Deswegen reite ich da so drauf rum. Aber es ist wieder Flut. Bis auf die TM-C-Macs. Die sollten eigentlich jetzt auch in November kommen. Tausende. Wie viele sind gekommen? Null. Naja, dafür wird wahrscheinlich bald was anderes aus der Richtung wieder eintreffen. Kann ich aber noch nicht sagen. Aber wir halten euch da auf dem Laufenden. Wo wir gerade beim Thema Weihnachtsgeschenke für einen selber sind. Das hier wäre ein cooles Geschenk. Kostet aber auch nicht. Kostet 150 Euro. Ist hier die Dye-Core-Flasche. Da muss man schon irgendwie, wenn man sagt, das Jahr war echt scheiße. Das Jahr hat nicht so viel Gutes gehabt. Aber Weihnachten will ich mir noch mal was gönnen. Dann vielleicht sowas. Geht hier hinten in die Flasche rein. Ist viel leichter. Ihr kriegt viel mehr Macs damit durch. Ja, der Macfett ist ja immer quasi der Bottleneck. Wie viel Macs kann ich verballern? Weil ihr halt sehr kleine Flaschen habt. Wenn ihr nicht mit der Mamba spielt. Und das hier macht das Setup wirklich rund. Es ist halt sehr ausgewogen. Einfach weil es leichter ist. Ist halt die Balance hier einfach viel mehr gegeben. Und Luft, Luft, Luft. 300 Bar, 0,25 Liter. Die Dye-Core-Flasche. Kann man machen, wenn man was möchte. So, was haben wir noch neu reingekriegt? Ah ja. Scopes. Nämlich, schaut mal. Und zwar nicht nur Scopes. Wir haben auch die Saat 12 wieder reingekriegt. Erstmal als Basic-Variante. Wir kriegen die aber auch als Supreme-Edition. Die sind auch vorgestellt. Da fehlen nur die Supremacy-Scopes. Wer eine haben möchte. Wir haben das mit dem Kunden jetzt so gemacht. Dass wir ihm die Basic verkauft haben. Und sobald wir die Teile für die Supreme reinkriegen. Braucht er nur den Abpreis für die Supreme bezahlen. Und braucht sich die Sachen dann nicht einzeln zu holen. Und das wäre sonst ein bisschen doof und unfair. Die Möglichkeit besteht. Paintball-Sniper par excellence. Was fehlt da? Genau, das Scope. Und also wie gesagt, wir haben ein paar Saas reingekriegt. Haben wir da schon ein Video zur Saar gemacht? Haben wir es schon gemacht. Haben wir es auch schon hochgeladen? Ja, ne? Aber wir haben noch ein Video gemacht. Wir wollen noch eins machen. Wir wollen ja noch was machen zur Saar. War alles spannend. Und das Scope hier. Es gibt ja Scopes wie, also Zielfernrohre wie Sand am Meer. Gibt ihr in allen Preisklassen. Ihr könnt euch das Zeiss-Glas für 3.000 Euro kaufen. Oder ihr könnt euch für 30 Euro das absolute China-Ding kaufen. Bei 30 Euro wird es schwierig. Das hier kostet, glaube ich, 89 Euro. Ich gucke mal eben. 79 Euro, 95. Warum denn das hier und nicht die 5.000 anderen Scopes, die es auf dem Markt gibt? Kann ich euch sagen. Zum einen, beim Paintball ist es so, die Distanzen sind sehr gering. Das heißt, viele Scopes fangen erst bei einer dreifachen Vergrößerung an. Das ist doof beim Paintball. Weil oft brauchen wir gar keine Vergrößerung. Oder nur eine eineinhalbfach bis zweifach, zweieinhalbfach. Und da ist es halt gut, eins zu haben, was mit eins losgeht. Warum brauchen wir keine Vergrößerung oder nur eine geringe Vergrößerung? Weil das Fenster sonst super klein wird. Auf einer Distanz von 80 Meter oder so. Und dann sehen wir den First Strike gar nicht mehr fliegen. Der ist die ganze Zeit auf dem Bild. Und dann wird es wirklich schwer, wenn wir das Ziel nicht gleich treffen. Denn es ist gerade für Ungeübte, die noch nicht so super die Profis sind, einfacher mit einer geringen Vergrößerung anzufangen und sich dann langsam zu steigern. Deswegen das. Und ein wesentlicher Punkt, warum ich das Scope mag. Wir stellen uns immer halt viele Sachen. Aber in dem Fall habe ich gedacht, das ist cool. Weil viele Scopes sind so gebaut, was auch Sinn macht, dass ihr da so hintergeht. Und dann habt ihr einen Absehen. Wir spielen Paintball. Wir haben eine Paintball-Maske. Das heißt, wir sind in der Regel so weit hinter dem Scope. Und da sind viele günstige Scopes, die dunkeln dann schon wieder ab. Oder ihr habt nur so einen kleinen Ring oder so. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Und hier ist es so, die Brennweite hier ist quasi so perfekt, dass ich, wenn ich mit der Maske rangehe, dass ich automatisch das volle Sichtfeld habe. Und nicht irgendwie dann noch vor und zurück und gucken, wo ist denn der Punkt. Und das finde ich halt geil. Weil beim Scope-Bahn ist es ja so, klar, ihr seid nicht in der ersten Reihe. Ich hoffe, man kann mich jetzt verstehen bei der Maske. Können Sie mich noch verstehen? Ja. Gut. Also ihr seid zwar nicht in der ersten Reihe, aber trotzdem muss das schon so weit schnell gehen, dass wenn ihr da irgendwie was treffen wollt, dass ihr mich dann auch noch hier irgendwie rumeiern müsst. Und hier ist es wirklich so, bumm, Maske rauf, man sieht was. Also ich habe es jetzt mit einer Push, mit einer Alt-4. Ja, die meisten Masken, der Abstand ist ja ähnlich. Also man hat hier auch noch ein gewisses Spiel in der Brennweite. Aber es ist schon so, das ist für mich, wo ich sage, hey cool, das passt zum Paintball, das kostet nicht die Welt. Ich habe eine schöne Vergrößerung. Ja, das Absehen selber ist halt Fadenkreuz mit Punkten. Also ich habe auch Spiel, was die Höhe angeht. Finde ich gut. Deswegen das hier und mit der Saat 12. Auch echt ein schönes Ding. Ja, also. Und was ich auch ganz fancy fand, für die Leute, die sich halt, wie ich selber auch sehr gerne, so ein EMF-Setup aufbauen, beziehungsweise allgemein, die TAN-Optik kann man ja auch an der T15 oder an der 468 oder was auch immer machen oder der TMC. Die gibt es halt auch in TAN. Macht auf jeden Fall auch einen schlanken Fuß. Gleiches Absehen, alles gleich, nur andere Farbe. Bei diesem TAN ist es immer so, dass diese Dinger verkratzen halt leicht. Da müsst ihr euch drüber im Klaren sein. Wenn das jetzt kein Original irgendwie Holosun 510C ist oder irgendwas, da hält der Lack halt wirklich gut. Aber selbst da habe ich mir schon ein paar Kratzer reingehauen. Wenn das hier so ein 80-Euro-Skop ist, könnt ihr euch da Kratzer reinhauen. Finde ich aber eigentlich, das ist so ein Arbeitskrieg. Das sieht eigentlich eher immer ganz, mich stürzt überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, dass es nicht alles so fabrikneu aussieht. Aber ich wollte euch warnen, da müsst ihr aufpassen. Ansonsten lieber das Schwarze holen. Das ist ein bisschen robuster, was den Lack angeht. Aber das ist leider in dem Bereich immer so. So, nächster Punkt. Guckt mal hier. Zweibein. Wir haben ja verschiedene Zweibeine. Frenzy packt die da mal auch gleich in die Artikelbeschreibung rein. Wir packen euch eh die Sachen einfach, die Links einfach in die Artikelbeschreibung rein. Wenn ihr Bock habt oder euch das mal angucken wollt oder so, schaut da mal rein. Zum Thema Zweibein. Wenn ihr mit langen Max spielt, nehmt mal so einen Zweibein hier. Das ist halt sehr lang. Aber dadurch könnt ihr halt auch mit, guckt mal hier, mit den V2 Max oder mit den 20er Dan Max oder den neuen CF20 Max oder TMC Max oder was auch immer ihr Helix Max, bla 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 spielt. Dann würde ich eher ein langes Zweibein nehmen. Weil ihr müsst wissen, Zweibein ist ja immer so, ihr wollt ein bisschen Zweibein mäßig in der zweiten Reihe sein. Ihr braucht beim Paintball immer einen gewissen Winkel. So, und dann macht es halt Sinn, ein langes Zweibein zu nehmen, weil wenn ihr diese, könnt ihr mich noch sehen? Ich bin voll eingebaut. Wenn ihr diese kurzen Zweibeine nehmt, dann kommt ihr gar nicht so weit runter, anstatt dass ihr noch vernünftig spielen könnt. Ich habe hier zwei Modelle, eins haben wir jetzt auch wieder neu reingekriegt, wo das halt gegeben ist. Das hier ist für die Lang Max auf jeden Fall gut. Das hier geht eingeschränkt auch für die Lang Max. Dann macht es aber so, packt euch das ein bisschen mehr nach hinten. Je mehr ihr euch das nach hinten packt, desto besser wird der Winkel. Desto höher kommt ihr. Dann kommt ihr einfach hier. Je weiter ich das Ding hier nach hinten habt, desto weiter komme ich hier nach hinten. Wenn ich das hier vorne habe, kann ich das Ding nicht so steil stellen, wie wenn ich das hier hinten hätte. Und das Ding hier finde ich halt ganz geil. Was kostet das? 59,95 Euro, glaube ich. Lässt sich einstellen. Verlinken wir euch rein. Ist halt super robust ausgeführt. Ihr habt hier einen Schnellspanner. Ihr könnt das also mit einem Hebel abmachen. Hier einmal ziehen. Das rastet hier sauber ein. Das sind auch wirklich fette Zahnräder hier. Da nudelt halt nichts auseinander. Und hier vorne habt ihr die Möglichkeit, die Dinger halt einzufahren, wenn ihr wollt. Oder ihr stellt euch die halt irgendwie, wenn ihr sagt, naja, so hoch brauche ich gar nicht. Ach, ist gut. Habt vieles vorbeinahe in der Hand gehabt. Ist robust. Kostet ein paar Euro mehr als diese Superbillow-Dinger. Macht aber wirklich einen wertigen Eindruck. und ist preislich immer noch im Rahmen. Bestes zweimal. Ansonsten, wenn ihr euch fragt, was ist hier noch so verbaut? Hier ist ein 20 Zoll Hammerhead One-Shot und ein 22 mm Socom-Silencer hier verbaut. Finde ich als EMF-Sniper-Sight-Up richtig geil. Würde ich sofort mit losziehen. Habt leider keine. Naja, irgendwann gönne ich mir auch noch eine. Und wie der Flut ist. Wir haben eine Sache noch. Und zwar Thema Freak. Wir machen da... Wann kommt das Video, Frenzy? Haben die das Teil 1 schon gesehen vom Freak-Sight? Das kommt drauf an, wenn ich schau. Okay. Also entweder ihr habt vielleicht das... Wir machen nämlich ein großes Freak-Video für euch, wo wir das Freak-System einmal vorstellen. Mit allem Vor und Wieder und bla bla bla. Was das so gibt. Welche Möglichkeiten es da gibt. Wie modular das ist. Und wir machen danach nochmal einen Test, wo wir das klassische Freak-System gegen das Freak-XL-System auf unserer Shooting-Range testen. Und da haben wir hier zum Beispiel vom Freak-XL das Carbon-Set. Das ist auch für die Leute, die jetzt zu mir Paintball spielen. Oder für jeden Paintballer, der sagt, Alter, ich will meinen Markierer zu einem Laserschwert machen. Das Ding soll wirklich präzise werden. Dann kann ich sagen, dass das Freak-XL-Carbon-Set oder auch das normale Freak-XL-Set auf jeden Fall eine gute Wahl ist. Aber wir haben das nämlich schon gefilmt. Ach, jetzt wollen wir nicht spoilern, ne? Das habe ich schon gespoilert. Nicht zu viel verraten. Das ist gut. Aber das ist gut. Das ist ja kein Geheimnis. Aber Freak-XL als Carbon-Set macht das auch wirklich einen schlanken Fuß. Ich hole es schon mal eben raus, dass wir nicht nur die Fakten sehen. Ihr habt hier wirklich einen schön lackierten Carbon-Lauf. Man kriegt einen Koffer dazu. Ich spiele übrigens echt viele Jahre mit Carbon-Läufen. Ich habe noch keinen kaputt gekriegt. Am Anfang dachte ich auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann habt ihr hier in dem Koffer acht Hülsen drin mit verschiedenen Durchmessern. Beim Freak-XL ist die Neuerung, dass die Hülsen sehr lang sind. Das heißt, ihr habt eine lange Beschleunigungsstrecke, wo der Paintball geführt wird. Die packt ihr einfach hier hinten rein. Vorne auf den Markierer drauf. Und dann ist das geil. Dann könnt ihr richtig ballern. Ja, soviel zum Freak-System. Ansonsten nochmal eben ganz schnell. Thema Selbstverteidigung. Hatten wir ja letztens ein Video gemacht mit dem Pfefferspray. Viele Leute haben Kondolenzbriefe geschickt an Kai. Richtig hart kassiert hat. Guck mal hier, das ist T15 mit Freak-XL. Laserschwert. Geil. So. Haben wir hier auch nochmal einmal, wir haben hier diesen Launcher hatten wir da getestet. Der kostet 29,95. Den kann man sich hier einfach so zack unter seine HDR50 runterbauen. Dann macht man an der Seite das Ding auf. Und hier diese Pfefferspray-Kartuschen hatten wir verwendet. Klack. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wäre es doof. Und es gibt es aber auch noch, das hatten wir nämlich damals nicht so vorgestellt, auch als kleine handtaschenkonforme PGS-Version. Ich hatte das einmal erwähnt, aber wir hatten das nicht gezeigt. Das ist hier so eine Art Handtaschengerät. Funktioniert ähnlich. Ihr macht das Ding hier oben auf. Dann geht das hier auf. Dann macht ihr, warte, den hier so rein. Klack. Fertig. Psst. Mach ich jetzt nicht. Das PGS-System kommt auch gleich schon mit einer Pfefferspray-Kartusche. Also ist quasi komplett fertig. Super leicht, super handlich und echt idiotensicher. Es gibt hier was ganz Gutes. Noch eine kleine Abzugssicherung. Ich kann jetzt hier so nicht abdrücken. Sondern, das ist hier hinten doppelt gesichert. Das heißt, wenn ich das so in der Hand habe, geht hier diese kleine Nase rein. Und jetzt können wir es benutzen. So, ich hole es mal wieder raus, was hier Redneck Randy hier keinen Mist macht. So, wir haben einen neuen Plate-Carrier für euch. Das Ding heißt, ist von Invader Gear, der QRB Plate-Carrier. Ich bin da über Sparthana drüber gestoßen. Die haben eigentlich einen ziemlich coolen Blog, wo sie so ein Kram immer vorstellen. Und die haben den hier vorgestellt. Und da dachte ich, hey Mensch, der hat eigentlich ganz coole Features. Ist jetzt preislich auch noch im Rahmen. Ist jetzt kein 300 Euro super krasser Plate-Carrier. Kostet halt 100,19,95. Wäre auch so ein Wannersgeschenk. Lasercut. Das heißt, es ist halt ein Model-System. Ihr könnt alles ranbauen. Aber statt ohne Schlaufen ist das hier halt mit dem Laser quasi ausgeschnitten. Aber nochmal mit Nähten verstärkt. Wir machen da auch nächstes Jahr nochmal ein richtiges Review, wenn wir den im großen Stil wieder in allen Farben reingekriegt haben. Aber ich will dir nochmal kurz vorstellen. Von innen ist es halt mit Mesh. Das heißt, wenn es halt schwitzig wird, ist es halt nicht so schwitzig. Die Platten hier sind so Hartschaumstoffplatten, was ganz cool ist. Im Vergleich zu diesen Plastikdingern kann man die halt locker auch tragen, weil die schon noch ein bisschen irgendwie mitgehen, ein bisschen flexi sind. Oder ihr nehmt sie halt gleich raus. Das geht halt auch klar. Der hat genug Steifheit, dass der halt auch so vernünftig sitzt. Um den Eimer einzustellen, wird das nicht wie bei den meisten Pricary in vorne gemacht, sondern ihr habt hinten die Klappe, die ihr hochmacht. Dann könnt ihr hier den Kammerband halt vernünftig einstellen. Und darüber hinaus die Schultergurte, die hier wirklich schön gepolstert sind und auch mit Mesh ausgeführt sind, die könnt ihr mit Hilfe von diesem Haken halt einmal vernünftig einstellen. Das hält halt auch richtig gut. Da verstellt sich halt nichts mehr. Und dann natürlich die obligatorische Patchfläche für den Wort Militia-Patch oder euer Team-Patch oder was auch immer. Gut, das haben sie alle. Aber was ganz, ganz innovativ ist hier, das Abwurfsystem. Weil ihr kennt das vielleicht, ihr seid komplett in eurem Platt-Carrier drin, wollt ihr mal eben ausziehen. Da habt ihr hier solche kleinen Züge zum Reißen. Ihr könnt das Ding komplett, alles könnt ihr hier trennen. Das, 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 das. Also viele haben ja nur hier eine Schlaufe. Das lässt sich hier komplett auswanderbauen. Ich zeige das mal eben. Ihr habt hier so ein Zugdraht und haltet ihr das hier einmal fest und zieht da einmal dran. Zack. Dann ist das auf. Und zum Anmachen, zum Reinmachen einfach hier wieder reindrücken und zusammenklicken. Das ist echt easy. Man muss das Prinzip einmal halt verstanden haben, aber und dann könnt ihr den halt, wenn ihr wollt, hier auch einmal, zack. Und dann könnt ihr das hier unten halt auch machen. Dann zieht ihr den einmal nach unten runter. Dann geht der da auch auf. Und dann könnt ihr ihn halt super easy ausziehen, ohne dass ihr euch da irgendwie einen Wolf tüdelt. Ich habe mir vorher immer einen Wolf getüdelt. Und zum Zusammenmachen zeigen wir das auch mal. So, einmal hier so rein. Ich kann mal rinnehmen. Dit, dit, dit. So. Und dann einmal hier. Klick. Ganz einfach. Und das Gleiche hier auch. Muss ich das jetzt alles zeigen, oder? Ja, die Leute finden das glaube ich ganz gut. Also hier einmal so rein. Klack, fertig. Und dann denkt ihr, oh ja, das ist ja Plastik. Und so. Ja, das ist aber auch hier. Da sind sie schon. YKK. Kennt ihr vielleicht. Japanische Firma. Gibt seit 60 Jahren oder so. Die machen halt diese ganzen Spezialverbindungen und so. Da sind die halt richtig fit. Also irgendwelche Outdoor-Klettergeschichten. Bis hin zum ganz profanen Qualitätsreißverschluss. Steckt meistens der Name dahinter. Also das hat schon TÜV, das Ding. Und dann die Platte hier vorne. Lässt sich Backel-Up-mäßig auch komplett entfernen. Das heißt, oh ja. Klett auch vernünftige Qualität. Da kann man nicht schmecken. Und ihr habt halt hier so eine Backel-Up-Platte. Die könnt ihr halt auch komplett lösen. So. Also alles in allem finde ich ganz cool. Wir haben jetzt ein paar Farben reingekriegt. Die große Lauthersteller kommt jetzt Ende des Jahres, spätestens Anfang Januar, die große Range wieder rein. Mit allen möglichen Farben. Und dann geht's los. Aber gerade hier dieses Black oder hier dieses Multicamp finde ich halt auch super sexy. So ein Weihnachtsgeschenk für einen selber ist eine Option. Darüber hinaus haben wir noch ein weiteres Modell, was ich auch cool fand, reinbekomme. Der Gute hier ist auch ein Laser-Cut-Play-Carrier. Macht einen richtig schlanken Fuß. Die gepolsterte Gurte hier oben. Komplett Mesh von innen. Bis auf die Gurte. Das muss man kleine Abspriche machen. Der ist aber auch ein bisschen günstiger. Der kostet nämlich nur 89,90 Euro. Also ein 30er weniger. Ihr habt hier auch eben komplett mit Laser-Cut ausgearbeitet. Dann habt ihr hier vorne aber schon auch drei 5, 5, 6er Mac-Pouches direkt mit integriert. Was richtig cool ist. Ihr habt hier eine schön große Patch-Fläche. Das Ding ist halt auch, wenn ihr die Platten rausnehmt, aufgrund von der Laser-Cut-Geschichte hier, ist das wirklich gut atmungsaktiv. Also hier geht auch richtig viel gerade im Sommer die Wärme vernünftig raus. Das finde ich eigentlich ganz sexy, muss ich euch sagen. Das ist so ein bisschen wie böse Zungen würden behaupten. Das ist so ähnlich wie von Crye Precision der Jump-Paid-Carrier, der aber irgendwie ein paar hundert Dollar kostet. Da habt ihr hier oben diese Tragwurtsysteme, das kennt ihr vielleicht. Aber das würde ich jetzt nicht sagen wollen. Natürlich nicht. Dann habt ihr hier an der Seite auch immer noch so kleine Taschen, wo ihr halt Stuff reinmachen könnt, eure Funke oder was auch immer. Ein Schokoriegel, ein Red Bull, ein paar Granaten. Das gleiche hat der hier auch. Der hat hier, habe ich noch gar nicht gezeigt, hier innen hat er noch so eine kleine Funkgerät-Tasche auch drin. Ach Mensch, ihr merkt schon, Fanny gefällt das hier. Und was mir halt auch vor allem gefällt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Man hat halt wirklich coole Features. Da sind Komponenten von Markenherstellern verbaut, aber trotzdem ist man keine 200 Euro los. Und so gesehen freue ich mich drauf, wenn nächstes Jahr die große Lieferung kommt. Und das wollten wir euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ach ja, eine Cap haben wir auch noch. Das ist so ein kleines Mini-Geschenk, ne? Wenn ihr euch so, wenn ihr auf diesem Redneck-Style steht, dann könnt ihr euch hier, pass auf, Fanny hat Bad Hair Day. Ah, ging schnell. Haben wir noch so eine Redneck-Cap. Die ist eher so für große Köpfe, das ist so LXL. Wenn ihr so einen Kanisterkopf habt, so wie ich, wäre das auf jeden Fall schön. Hier so ein Bob-Millisher-Patch gleich rauf, das, das war so, ne? Schlanker Fuß. Und dann haben wir hier auch noch eben die entsprechenden Laser-Cut-Pouches für die Plate-Carrier. Kriegen wir auch noch deutlich mehr rein, in deutlich mehr Farben. Ist aber gerade, wie alles auf dem Markt, alles immer ein bisschen dünn gesät. Ja, Franzi, wir wollen die Leute nicht zu lange irgendwie, ne? Die müssen ja auch noch Geschenke packen und sich von dem Jahr erholen. Wir hören uns ja dieses Jahr noch ein paar Mal hoffentlich vielleicht, sehen uns irgendwie, aber es war auf jeden Fall echt ein crazy Jahr. Hier, wir sind auch jetzt gerade geschlossen, unsere Halle. Kann man nichts machen, aber naja. Danke übrigens an die Leute, die jetzt auch bestellt haben, die auch zum Black Friday hier nochmal waren, haben sich hier vor Ort nochmal. Das waren noch nette Gespräche mit euch. Grüße auf jeden Fall an alle, die da waren und an alle, die sich da noch was gegönnt haben. Leute, bleibt gesund, lasst euch nicht unerkriegen. Nächstes Jahr wird richtig gut. Pass auf, 2021 wird unser Jahr. Alle, allerbeste Grüße nach Paintball-Deutschland. Wenn ihr Fragen zum Stuff habt, könnt ihr auch gerne mal einmal durchrufen oder so. Im Telefon sind wir eigentlich auch mal ganz cool zu erreichen. Zumindest jetzt gerade ein bisschen eingeschränkter, aber schreibt uns eine Mail, eine Instagram-Nachricht, kommentiert, was auch immer. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.